Untertitelung. BR 2018 Unterwegs ist, wenn er gefilmt wird. Man darf ja eigentlich niemand wissen, ob es mich gibt oder nicht. Knecht Ruprecht, drei Hübe. Der Knecht Ruprecht, der sieht nur so böse aus, der sei ganz nett. Vielen Dank dafür, dass ihr heute an diesem kalten Tag an die armen Tiere im Wald gedacht habt. Nikolaus. Genau, Nikolaus ist mein Name. Und vielleicht kann jemand von euch Kindern auch für den Nikolaus ein schönes Gedicht aufsagen. Wo die Krippe, wo der Stall, musst du gehen, musst du sehen, Betlin ist überall. Wow, super. Vielen Dank. Schön. 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 und toll. Also, wer weiß ein bisschen. Wir müssen hier. Wir müssen hier. Wir müssen hier. Und hier. Und hier. Die Rose bedachte das Wort. Die Wälder sich erwirte, die beten darauf. Die Liebe, 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 die Liebe. Aber das ist leider nicht so, dass du den zur Hälfte leer machen kannst. Ihr seid nämlich 1, 2, 3, 4 ganz schön viele. Und das muss ja für alle reichen. Schnell, Ruprecht, mach mal auf hier. Guck mal, weil der Gedichtaufsager kriegt natürlich zuerst was. Und die anderen kriegen natürlich auch. I-Pack hier vom Mikro nach. Darf ich mir schnell runter? Guck mal. 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 Kakaoete 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 Cool Damit ihr auch ein Lichtchen habt Kakaoete 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020